Herzlich Willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wo du die Ausgrabungsstätte in Assassin's Creed Mirage finden kannst. Und die dazugehörige Karte kannst du im Nachforschungsmenü anschauen. Und mit dieser Info zeige ich dir jetzt direkt als nächstes, wie du zur Ausgrabungsstätte gelangen kannst. Als Startpunkt würde ich dir dazu raten, den jetzt zu sehenden Aussichtspunkt aufzusuchen. Und dort angekommen, folgst du einfach dem roten X, um in den Außenbereich bzw. in die Wildnis zu gelangen. Gameplay-technisch würde das folgendermaßen aussehen und sobald du im Außenbereich angekommen bist, erkläre ich dir, wie es weitergeht. Im Außenbereich bzw. in der Wildnis angekommen, rufst du jetzt einfach dein Kamel und folgst dem roten X auf der Karte, um die Ausgrabungsstätte erreichen zu können. Und das jetzt zu sehende Symbol, welches du auf der Karte sehen kannst, ist das Symbol für die Ausgrabungsstätte. Also hierhin musst du dich begeben und sobald du hier angekommen bist, kannst du mit der Finde den vermissten Bruder-Quest fortfahren. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon langsam dem Ende des Videos. Wie gewohnt habe ich dir zwei Playlists zu Assassin's Creed Mirage unten im Video eingeblendet. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschau!